Und hier sind unsere Jungs. Mit der ASVD-Jugend. Und der Timo Böker möchte jetzt noch seinen Trainer verabschieden. Timo, wo bist du, Timo? Timo Böker? Du bist der Timo Böker. Du möchtest noch jemanden verabschieden. Also, wir bedanken uns beim Sven und dem Paul für die schöne Saison. Und wir wünschen dem Paul viel Glück bei dem neuen Verein. Danke, Timo. Danke, Paul. Schon mal vorm Spiel für eine tolle Zeit hier in der Jugend und auch in der Herren 1. Du wirst nach dem Spiel auch nochmal Gebühren verabschiedet. Das kann ich jetzt schon sagen, gemeinsam mit anderen. Jo, jetzt geht es gleich los um die Ausstellung. Haben wir natürlich noch unsere Jungs mit der 3. Lukas Schalk, die 4. Fabio Nikola, die 5. Äh, die 7. Tim Hermannsdorfer, die 8. Marius Hümpfer, die 13. Steffen Berghammer, die 14. Robin Rahn, die 19. Paul Saborowski, die 23. Hannes Lena, die 24. Yannick Meier-Sieber, die 27. Yannick Berghammer, die 32. Trägt Alex Wittmann, die 33. Sven Göritz und die 77. Heitz. Luk hat gecoacht zum letzten Mal in dieser Saison. Wird das Team von Marc Brückner und Michael Werner. So, auf geht's, Jungs. Wird das Team von Marc Schalk. So, auch in der Halle haben wir schon gesichtet. Herzlich willkommen Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Mergabe. Servus, Gatte Thomas auch. Servus, auch dabei. Viel Spaß beim Spiel. Danke. Danke.